Herzlich willkommen zu Teil 12 der Reihe, Taylor-Reihen, Methoden und Anwendungsbeispiele. Wir beginnen heute mit Funktionen, um einen Punkt a ungleich 0 zu entwickeln. Wir haben in den bisherigen Folgen der Reihe Taylor-Reihen um den Punkt x gleich 0 entwickelt. Das ist der Spezialfall der sogenannten McLaurin-Reihe und wir wenden uns jetzt dem allgemeinen Fall zu. Das heißt, wir entwickeln um beliebige Punkte x gleich a, wobei a natürlich eine Konstante ist. In der Praxis ist es sehr wichtig, dass man den richtigen Entwicklungspunkt wählt, denn die Konvergenz von Taylor-Reihen ist häufig nur in der Nähe des Entwicklungspunktes gegeben und nur da können wir dann die Funktion gut durch Polynome niedriger Ordnung approximieren. Das werden wir uns nachher in einem Beispiel anschauen. Ich gebe die Formel für die Taylor-Entwicklung um einen beliebigen Punkt a hier zunächst mal einfach an. Das ist also f von x wird approximiert durch die unendliche Reihe k gleich 0 bis unendlich, k der Ableitung an der Stelle a durch k-Fakultät mal x minus a in Klammern hoch k. Wir sehen hier zwei Unterschiede zur Entwicklung um den Punkt x gleich 0, nämlich zum einen wird die Ableitung an der Stelle natürlich des Entwicklungspunktes ausgewertet, nämlich a, und zum anderen wird in Potenzen von x minus a entwickelt und nicht mehr in Potenzen von x. Natürlich ist es so, dass für a gleich 0 der Ausdruck hier genau in den Ausdruck übergeht, den wir bereits gelernt haben, für a gleich 0. Das heißt, dann wird an der Stelle 0 entwickelt und x minus a wird zu x, wenn a gleich 0 ist. Die Berechnung der Taylor-Reihe um den Entwicklungspunkt a verläuft genauso wie im Fall x gleich 0. Das heißt, zunächst werden die Ableitungen bestimmt. Dann identifiziert man das Muster der Ableitungen, diesmal natürlich bei x gleich a und nicht bei x gleich 0. Und dann setzt man eben ein und bildet die Reihe. Wenn man die Reihe auch hier expliziter schreibt, hier nochmal die Formel von gerade eben, dann erhält man eben f von x wird angenähert durch f von a plus f' von a mal x minus a plus 1 halb f2' von a mal x minus a Quadrat und so weiter. Soviel zunächst zur Einführung. In der nächsten Folge werden wir uns dazu Beispiele anschauen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!